Ein Sportprojekt mit Flüchtlingskindern in Berlin. Gemeinsam mit deutschen Kindern Handball spielen, das fördert die Integration. Davon sind die jugendlichen Helfer hier überzeugt. Sie wollen, dass diese Kinder in Deutschland eine Zukunft haben. Es ist eine große Aufgabe, aber wir kriegen das irgendwie hin. Für mich, direkt in meinem Leben, habe ich das Gefühl, dass die Kapazität definitiv noch nicht voll ausgeschöpft ist. Viele Jugendliche sehen eher in der Fremdenfeindlichkeit der Deutschen eine Gefahr als in der Zuwanderung. Vor neun Jahren wollten noch 58 Prozent weniger Zuwanderung und 5 Prozent mehr. Jetzt sprechen sich nur noch 37 Prozent für weniger Zuwanderung aus und 15 Prozent für mehr. Hinzu kommen noch 40 Prozent, die mit der Migration, wie sie ist, einverstanden sind. Es wächst eine junge Generation heran, die offener ist, die selber vielfältiger ist und die die Werte der Demokratie zu schätzen weiß. Die Studie nennt das Generation im Aufbruch. Optimismus liegt im Trend und die Bereitschaft, sich politisch stärker zu engagieren, unter anderem für Flüchtlinge. Die Studie nennt das Generation im Trend und die Bereitschaft, sich politisch stärker zu engagieren. Die Studie nennt das Generation im Trend und die Bereitschaft, sich politisch stärker zu engagieren.